Was zuletzt in Super Luigi Odyssey geschah? Nachdem wir den epischen Drachenfight geschafft haben, gingen wir ins Bowserland. Dort zeigte ich eine coole Möglichkeit, einen Sprung rückwärts zu machen. Dann hat aber Bowser uns diesen Move ganz dreist geklaut. Am Ende fällt ich noch ein bisschen beim Mechaboodle herum. Ciao zusammen und willkommen zu dieser neuen Folge von Super Luigi Odyssey. Wir sind schon bei Folge 30, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon ziemlich weit und das Projekt muss fertig werden, bevor Super Mario Maker 2 rauskommt. Und übrigens, ich habe bereits Super Mario Maker 2. Schaut mal da auf dem Homescreen. Ich habe schon Super Mario Maker 2, nur kann ich das nicht öfter. Also ich habe das schon vorbestellt. Das Spiel ist schon heruntergeladen auf der Switch. Aber erst nach Mitternacht, am 28. Juni, werde ich das spielen können. Weil da wird dann erst ein Schlüssel freigeschaltet, den man dann über das Internet erhalten kann, um Zugriff darauf zu bekommen. Und übrigens habe ich beim Kauf ganz viel Rabatt bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Aber wenn man so Spiele hat, auf einer Cartridge, wie zum Beispiel Mario Odyssey, dann kann man bei Optionen, kann man dann da Punkte erhalten. Und diese Punkte kann man dann gegen bares Geld im Nintendo eShop umtauschen. Und da habe ich einen großen Rabatt bekommen auf Super Mario Maker 2. Ja, wenn man Spiele digital kauft im eShop, dann bekommt man die Punkte schon so direkt. Aber wenn man die physisch kaufen einer Cartridge, muss man dann noch im Menü noch zuerst manuell diese Punkte einsammeln. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt bei euch, dann geht auf eurem Nintendo Switch Home Screen zu allen Spielen, die ihr habt. Und nehmt da eure Goldpunkte. Weil das ist bares Geld, was man im eShop gegen andere Spiele eintauschen kann. So, und jetzt habe ich noch einen Kommentar. Und zwar hat, glaube ich, der Dragon Gamer, genau, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich beim Deathcounter zweimal die 27 gezeigt habe. Ja, ich hätte beim zweiten Mal die 28 zeigen sollen. Habe ich aus Versehen, dass nur kopiert im Schnitt und nicht die Zahl geändert. Aber ja, das werde ich dann beim nächsten Deathcounter berücksichtigen. Vielen Dank dafür. Und dann haben beim letzten Mal auch sehr viele von euch das kleine Easter Egg gesehen. Ja, das freut mich wirklich, dass viele von euch die Videos wirklich bis zum Ende schauen. Denn das war relativ zu Ende des Videos und das freut mich wirklich sehr. So, und genau, dann brenne ich doch einen Kommentar ein, der, glaube ich, schon vor zwei Folgen reinkam. Und zwar hat der, oder hat die, oder der, ja, Yonah Woppe, gefragt, ob ich die Challenge machen kann, wo ich im Bowserland den Boden nicht mehr rühen darf. Also die Boden ist Lava Challenge quasi. Und diese Challenge, ähm, die hat der Eisei gemacht. Genau, also ich verlinke das Video auf jeden Fall. Und ich werde dieses Video so quasi als, ähm, als Tutorial gebrauchen. Da werde ich dann einfach alles eins zu eins nachmachen, wie im Video. Ich werde wahrscheinlich auch schneiden und so, also nicht alles am Stück machen. Aber die Challenge ist, glaube ich, ganz cool. Es hat mir schon mal jemand auf Discord vorgeschlagen, diese Challenge zu machen. Mit eigenen Regeln und so. Aber ich glaube, ich mache es, mache es einfach so wie der, ähm, Eisei bei dem Video. Und das ist jetzt, ähm, der Tod Nummer 29, glaube ich, ja. Genau. So, und jetzt, ähm, genau, jetzt machen wir diese Challenge. Also diese Challenge beginnt einfach bei der Odyssee. Okay, und wir dürfen einfach den Boden nicht berühren und müssen bis zum Battlefield kommen. Also bis, bis dahin. Bis zu dem Checkpoint, den ich noch gar nicht freigeschaltet habe. Okay, und wenn ich faile, dann werde ich nicht direkt von ganz Beginn, wieder neu beginnen. Oder wie auch immer. Ich werde einfach ganz kurz vorher quasi, ich werde unendlich viele Checkpoints haben. Ich will jetzt nicht allzu lange daran hängen. Und jetzt muss ich, glaube ich, irgendwie von den Goombas abbouncen. Okay, mal sehen, ob ich das schaffe. Nein, ich habe es nicht geschafft. So, dann bin ich wieder da und werde mal schauen, ob ich, ob ich jetzt vielleicht besser bin. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Okay, dann haben wir, wenn wir jetzt auf dieser, auf dieser Insel und ich will, ich will, nein, Moment mal. Oh, jetzt drücke ich mal den Stick ganz nach hinten. Und, ah, das geht, das geht. Ich muss den Stick nur noch ein bisschen weniger nach hinten drücken. Okay, ich dachte, es wäre, es wäre schwieriger. Okay, mal sehen, jetzt drücke ich den Stick ein bisschen nach hinten. Das ist nicht so schwierig auf diesem Ding da zu lang. Jetzt muss ich im Video schauen, wie es weitergeht. Okay, das wird jetzt ziemlich kompliziert. Also, ich werde diesen Strommasten quasi als Checkpoint gebrauchen. Und zwar muss ich mich jetzt da dranhängen und dann muss ich diesen Peakbots da kapeln. Aber als Peakbots darf ich natürlich auch nicht auf dem Boden sein. Und das war jetzt nichts. Ich muss das Ganze neu laden. Okay, der Plan ist der. Ich muss Capi so machen und genau dann muss ich den Peakbots einfach nach dem richtigen Moment kapeln und dann direkt in die Wand stechen. Aber so in etwa geht das. Oh, der andere, der Peakbots wurde einfach von dem anderen umgebracht, obwohl ich den brauchte. Oh, dieser böse Peakbots. Jetzt, 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 ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, ohne den Boden zu berühren. Okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich, glaube ich, irgendwie da den Stapel einstecken. Ich glaube, irgendwie so. Jetzt, 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 ich habe es. Ich habe es. Nein, nein, nein. Ich habe es wieder. Und ich habe es nicht geschafft. So, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin auf dem Kist gelandet. Das zählt jetzt nicht als Boden. Und jetzt muss ich nur noch zur Stromleitung hin. Und das sollte dann wirklich nicht so schwierig sein. Ja, jetzt kann ich da rausgehen und die Stromleitung kapeln. So, gut. Jetzt bin ich endlich auf der, auf der nächsten Insel. Äh, ja komm, das, das zählt jetzt mal. Ich will jetzt nicht so schenken. Ich will einfach nur die Route zeigen und so. Ähm, ja. Jetzt geht es wahrscheinlich. Da. Da hin. Genau. Und dann, und dann da auf die Blöcke wahrscheinlich. Und dann muss ich wieder im Video schauen, wie es weitergeht. Da ist, glaube ich, ein unsichtbarer Block, oder? Genau. Da kann ich jetzt hoch. Und da muss ich jetzt schauen, und ich glaube, ich glaube, da kann man es schaffen, da rauf zu kommen, ja. Yes, 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 yes. Jetzt bin ich auf dieser, auf dieser Mondplattform und ich glaube, der nächste Sprung wird auch nicht leicht. Also ich kann jetzt von da, da rauf und jetzt muss ich irgendwie bis dort nach hinten kommen. Oh shit, das wird schwierig. Das wird schwierig. Also ich schaue jetzt immer bei dem Video von IceR, wie das geht. Und da muss ich jetzt einen Capurolljump machen und dann irgendwie mit Wandsprung oder so. Und ich gehe mal, gehe mal so hin und zeige euch, wie es geht. Und ich muss auf diese Kisten da rauf. Und dann muss ich dann irgendwie mit Capurolljump, dann irgendwie mit Wandsprung, Wandsprung und so, muss ich dann irgendwie da rauf kommen. Jetzt muss ich das sowieso nochmal neu laden, damit die Kiste neu spawnt. Ja, Wandsprung. Nein, ich hätte noch keinen Wandsprung machen können, dann hätte ich es geschafft. Ah. Yes, ich habe es geschafft mit den Joy-Cons. Mit den Joy-Cons habe ich es geschafft. So, jetzt auf dem Kisten darf ich stehen. Das darf ich auch machen und jetzt geht es weiter. Und ich wechsle wieder auf den Pro-Code-Troll, keine Ahnung, das ist mit der Bewegungssteuerung. Irgendwie besser mit den Joy-Cons. So und, ah egal, ich schaffe das irgendwie nicht so. Dazu landen, ich will das schaffen, genau so geht das. Okay, und jetzt, ja, ich schaue immer im Video, wie es weitergeht. Okay, also man muss da rauf und dann muss man von da aus dorthin irgendwie kommen. Und da kann man versuchen, einen Roll-Weitsprung zu machen, das hat jetzt nicht geklappt. Also nochmal, Weitsprung und dann kann ich da eigentlich mit Ansprung, ja, genau, das ist eigentlich relativ einfach. Und jetzt muss ich wahrscheinlich wieder so einen seltsamen Trick mit dem Pokio, mit dem Pikmats machen. Eine Stunde später. Yes! 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 Endlich! Endlich habe ich es geschafft. Oder auch nicht. Und jetzt habe ich tatsächlich im Video gesehen, dass man es ganz anders macht. Dass man da gar nicht von einem schmalen Pfad da entlang geht, sondern einfach da entlang. Genau, genau. Und dann kann man da diese Flamme aktivieren und dann kann man da endlich zu dieser Mondplattform. Oh mein Gott, wie lange das gedauert hat. Und so einfach, ja, perfekt. Perfekt. Okay, dann habe ich auch dieses Gebiet geschafft. Jetzt kommt der Shop. Das ist ein sehr kurzes Kapitel. Ach, egal. Ich bin jetzt nicht so stark bei dieser Challenge. Ich mache es auch alles über Etappenweise, weil sonst würde es viel zu lange dauern. Ich bin auch schon so fast eine halbe Stunde schon am Aufnehmen. Und ich habe keine Ahnung, wie das dann am Ende mit dem Video sein wird. Also ich habe gar keine Ahnung, wie es dann zusammengestitten so sein wird. Gut, ich glaube, da muss ich einfach einen Kapi-Rolljump machen. Und dann komme ich da eigentlich ganz leicht dahin. Okay. Dann aktiviere ich noch den Checkpoint, falls ich sterben sollte. Dann spawne ich wieder da. Aber dann geht die Challenge da natürlich weiter. Und dann ist, glaube ich, ganz klar, müssten wir da rauf. Und, oh, jetzt habe ich gerade etwas bemerkt. Und zwar ist das im Video vom Isaiah, wo ich das Ganze nachschaue, ein bisschen anders. Weil er hat schon die ganze Story geschafft, also schon Bowser besiegt, schon Peach gerettet und so. Und da, in diesem Fall, gibt es da solche Kisten. Und, naja, dann gibt es halt jetzt bei mir keine Kisten. Deshalb, ja, mache ich so, als ob da jetzt Kisten wären. Ich blende vielleicht mal ein Bild ein, wie es aussehen sollte. Und dann mache ich halt die Challenge so. Ja, also, ich habe jetzt gar nicht daran gedacht. Also, eigentlich sollte man diese Challenge machen, wenn man schon mit der kompletten Hauptstory durch ist. Aber, ja, dann lassen wir das mal zählen. Und jetzt muss ich wieder etwas mit dem Pikmats machen, wahrscheinlich. Oh, shit. Ich habe gerade gesehen, wie er es will. Und zwar muss man da im Wasser jetzt quasi diesen Trick machen mit dem Pikmats. Und das hat sicher geklappt. Und dann muss man den Pikmats in dieses ganz kleine Ding da, da muss man da reinstecken mit dem Schnabel. Und das ist dann so, so verdammt genau. Also, irgendwie so. Und dann muss man einen wichtigen Moment, genau, muss man dann da reinstecken. Ah. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich habe eine andere Idee. Ich weiß, dass der Pikmats ja auch in den Fragezeichenblock stecken kann. Und dann kann ich das doch sicherlich auch so machen. Das sollte dann viel einfacher sein, wenn der Pikmats dann in den Fragezeichenblock, weil es schon aktiviert ist, reinstecht. Einstechen oder wie auch immer. Das sollte dann auch viel einfacher sein. Ich muss mal sehen. Ich mache jetzt wieder diesen Trick. So, und dann... Ja! Ich bin ein Gini. Ich habe die Challenge einfacher gemacht. So. Okay. Und jetzt muss ich wieder dem Video nachschauen, wie es weitergeht. Okay. Jetzt muss ich da... Irgendwie da landen. Ey, perfekt. Das funktioniert ja wirklich gut. Jetzt muss ich da einstecken. Genau. Und dann kann ich da weiter. Und dann kann ich auf dieser Kiste. Genau. Und jetzt... Ähm... Und jetzt ist mein nächstes Ziel... Ähm... Da. Und da muss ich jetzt... So einen Stampfattackensprung machen. Und dann ist es am klügsten, wenn man da einfach Wandsprünge macht. Weil da ist man am sichersten. Eigentlich. Und dann kann man da rauf. Ja, perfekt. Und jetzt sind wir da. Und jetzt müssen wir da wieder so einen Trick mit dem Pikmats machen. Ich aktiviere mal ganz schnell den Checkpoint. Dass ich, wenn ich sterbe, wieder da bin. Dann gehe ich wieder da zurück. Mache die Challenge. Und... Äh... Der Pikmats soll nicht da sein. Er soll... Er soll da... Da sein. Und rundherum gehen. Bitte. Sehr. Wenn du das willst. Und da. Deshalb habe ich den Checkpoint aktiviert. Und da habe ich eine Lilamünze eingesammelt. Yes! Ey, das war gar nicht so schwierig. Das war eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, ich muss es irgendwie schaffen, auf diese Wand zu kommen. Egal, ich habe es nicht geschafft. Aber das nehme ich mal so als Checkpoint. Und ja, eigentlich ist es nicht so schwierig. Dann kann ich da rauf. Und jetzt ist es eigentlich sehr einfach. Aber ich habe es nicht geschafft. Dann gehe ich wieder von der Kiste aus. Ich will einfach zeigen, dass es etappenweise möglich ist. Es ist auch möglich, alles an einem Stück zu machen. Aber dafür habe ich jetzt wirklich gar keine Zeit bei der Aufnahme. Ja, und das hat jetzt nicht gezählt, weil ich war jetzt auf dem Boden. Also nochmal von der Kiste aus. Einfach da. Genau. Und dann immer stückweise so. Und jetzt ganz normal die Wand hochklettern. Das ist ja kein Boden. Das ist eine Wand. So. Und jetzt, ähm, und jetzt wie? Diesen Sprung, das schaffe ich sicher nicht. Aber Moment, weil ich kann doch sicherlich runterfallen, ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ich kann doch sicherlich da rauf. Das zählt sicherlich nicht als Boden. Und dann, dann kann ich da rein. Genau. Ich schaue mal, ob es im Video auch so gemacht wurde. Ja, es wurde auch so gemacht. Okay. Und jetzt kann ich ganz einfach da rauf. Okay, und jetzt, ähm, mal sehen. Kann ich da, ja. Wir sind fast am Ende. Wir sind wirklich fast am Ende angelangt. Okay, dann, mal sehen. Kann ich von da aus sicherlich diese Flamme da aktivieren. Oder man könnte vielleicht auch einfach da einen, einen Weitsprung machen. Einen Homing, ja. Cap throw. Und dann geht Cap gleich direkt zu, zu der Stromleitung. Perfekt. So. Und, oh mein Gott. Diese Stromleitung funktioniert ein bisschen anders. Ich will das, ich will das schaffen. Ich will von der Strom, Stromleitung dann direkt auf die Stromleitung. Aber die sprickt ein bisschen, ein bisschen weit nach vorne, habe ich das Gefühl. Moment mal. Wenn die einen so nach vorne sprickt, dann kann man da wieder das kapeln. Und dann kann man, dann kann man da rauf. Okay, gut. Das geht. Und jetzt, ähm, muss man auf diese, auf dieses goldene Zeug, und das darf man. Dann springen wir jetzt ganz einfach zum nächsten goldenen Teil. Und dann wieder zum nächsten goldenen Bowser-Kopf. Und jetzt zum nächsten goldenen. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, da unten, unten dranhängen. Ja, genau. Wir müssen uns jetzt da, präzis uns da unten dranhängen, habe ich gesagt. Präzis da unten dranhängen. Und jetzt nicht nach oben, einfach schütteln. Genau, mit schütteln ist man da am schnellsten. Und jetzt muss man da einen Feuerboost machen, oder wie auch immer. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das geht sicher auch anders, aber das ist eine coole Möglichkeit, die ich im Video da gesehen habe von Isay. Und zwar machen wir da einen Wandsprung. Nein, man macht keinen Wandsprung, sondern man lässt sich fallen, macht einen Kappi-Dive. Und genau, dann lässt man sich durch das Feuer nach oben boosten. Und jetzt ist es, glaube ich, viel einfacher. Jetzt kann man einfach zu dem, der hier hinspringen. Und dieser Sprung ist jetzt ein bisschen schwierig. Und zwar muss man da einen Dreisprung machen. Weiss ich, ob ich das schaffe. Das war kein Dreisprung. So, Dreisprung. Und dann kann man da dagegen bonken. Und dann landet man immer noch auf diesem goldenen Zeug. Und das zählt nicht als Boot. Und egal, ich gehe jetzt nochmal zu diesem Teil dahin. Und dann kann man da drauf. Und dann haben wir die Challenge eigentlich schon fast geschafft. Dann müssen wir jetzt nur noch einen Weitsprung machen. Dann können wir uns da dran hängen eigentlich. Ich muss mich da also ein bisschen weiter unten den letzten Dive machen. So, ja, endlich. Und dann haben wir diese Challenge geschafft. Wenn ich diesen Checkpoint da berühre. So. Okay. Oh. Das war wirklich eine sehr lange Challenge. Ich bin jetzt schon 42 Minuten am Aufnehmen. Zusammengestellt wird das sicher viel, viel kürzer. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange diese Folge jetzt schon ist. Zusammengestellt. Und ich habe ein bisschen viele Checkpoints umso gebraucht. Also ich habe einfach nur das Etappenweise gemacht. Vielleicht ein bisschen zu leicht. Aber auch so brauche ich sehr lange. Und wenn ihr es mal schafft, das Ganze zu machen, ohne Checkpoints und so, also alles an einem Stück, dann lasst mich gerne wissen. Dann schickt mir das Video auf Twitter oder in die Kommentare oder wie auch immer. Und dann schaue ich mir das gerne an. So, und dieser Subraum ist eigentlich viel, viel grösser und so. Aber man kann ihn eigentlich ganz, ganz schnell machen. Und zwar muss man einfach nur da das öffnen. Genau. Und dann hat man den Subraum eigentlich schon geschafft. Weil da kann man jetzt einfach da direkt nach oben spielen. Und normalerweise hätte man da mit einer Statue das aktiviert, das aktiviert, das aktiviert. Dann die andere Statue geholt und wir schauen uns mal schnell mal an, was da überhaupt ist. Und da, ähm, kann man diese Küste, nein, muss man rundherum gehen? Kann ich auch da rundherum gehen? Äh, kann man nicht. Also da wäre, ähm, jedenfalls erstmal ein Herz. Genau, und dann wäre man da nach unten gegangen. Und da gäbe es noch Münzen. Ja, da gibt es Gumbas und dann gibt es dort oben noch Münzen. Und für was war das eigentlich? Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr für was. Ah, ich glaube, dann kommen wir da weit nach oben oder wie so. Jedenfalls nehme ich da zuerst mal diese Münzen. Und das, genau, das Feld ist ganz nach oben. Und dort wäre dann, und dort wäre dann diese reine, diese eine Brücke. Also man könnte dann mit, mit diesen Statuen kann man dann nicht springen. Aber wenn man diesen Switch aktiviert hätte, ähm, wäre da eine Brücke gespawnt. Und dann hätte man mit diesen Plattformen dann nach oben gehen können. Aber wir brauchen nur diesen einen Switch da ganz am Anfang. Und dann, ähm, müssen wir da keine Jesus da hier transportieren. Denn wir können ganz leicht da mit einem Sidewalk springen, so, da rauf zu diesem Mond. Und dann noch rauf zum Hauptmond. Äh, nein, nochmal. Einmal, wie geht das am besten? Ich glaube, so. Und ja, ganz, ganz leicht. Und ich habe gar keine Ahnung, wie lange diese Folge ist. Ähm, ich beende die jetzt mal. Das war ein wirklich sehr, sehr cooler Challenge. Diese Bonus-Lava-Challenge. Auch wenn ich wirklich sehr, sehr häufig, ähm, sehr, sehr häufig, ähm, ja, neu starten muss. Also beim Checkpoint und so. Aber das war trotzdem ganz cool. Und jetzt noch zum Ende will ich eine kurze Hinweiskunst von Social Media zeigen. Die blende ich mal ein. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr leicht zu entziffen. Weil man sieht da, man sieht da schon, ähm, im Hintergrund, dass da der Mond ist und so. Also da weiss man wirklich schon, welches Dach es ist. Und dann ist da irgendwo der, ähm, der Pixel-Mario wahrscheinlich. Genau. Und der gibt uns jetzt 200 Münzen. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich bin in der Challenge sehr häufig gestorben. Was jetzt natürlich nicht zum Death-Counter zählt. Aber da habe ich jetzt ganz viele Münzen verloren. Und die bekomme ich jetzt wieder zurück. Dank dem Pixel-Mario. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch diese Challenge und diese Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Und schaut auch bei dem Eyesave vorbei, welcher diese Challenge eigentlich erfunden hat. Und, ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.